Selma Baldursson ist eine deutsche Schauspielerin. Die High Pislenderin begann 1985 ihre TV-Karriere mit der Kinderrolle der Michael Schildknecht in der zweiten Folge der Lindenstraße. Mit Folge 84 schied sie 1987 dort aus und wirkte danach noch in zwei Folgen unserer Hagenbecks und einer Folge Die Wache mit. Außerdem verkörperte Baldursson 1994 im Rahmen einer Gastrolle die Figur der Ina Kutschek in Folge 19 der Arztserie Stadtklinik. Nach dem Abitur studierte Baldursson Schauspiel in Wien. Festergagements am Thüringer Landestheater in Eisenach und am Stadttheater Bremerhaven folgten. Seither arbeitet sie als freischaffende Theaterschauspielerin. Weblink Selma Baldursson in der Internet Movie Database Normdaten GND 1.042.243.743 VEAF